Ich bin der Typ von der GDZ, ich habe sogar diese Studie, VZ, alle hassen mich, weiß nicht warum, hab da nur vier Freunde wie du. GDZ schon gezahlt oder nicht, wenn ich dann komme ich dich holen. GDZ schon gezahlt oder nicht, wenn ja, dann kriege ich dich schon. GDZ schon gezahlt oder nicht, hörst du eher was er spricht, sag wie bist du noch ganz dicht. Ich glaub, ich glaub, ich glaub nicht, ich zieh doch nur die Gebühren ein, DEF für Radio, ARD und ZDF ist mein Job, ich kann nichts dafür, aber ihr gebt mir die Schuld. Wofür? Merk dir nix, die GZ ist dumm? 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 GDZ schon gezahlt oder nicht, wenn nicht, dann komme ich dich holen. GIZ schon gezahlt oder nicht, Miniat, dann krieg ich dich schon Für cool GIZ schon gezahlt oder nicht, hörst du etwas, was erspricht Zack, bist du noch ganz dicht Ich glaub, ich glaub, ich glaub nicht GIZ schon gezahlt oder nicht, wenn nicht, dann komm mir ich dich holen GIZ schon gezahlt